Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, hier mit Assassin's Creed Mirage. Und wir nähen uns am Ende, ich weiß, sag jetzt schon die letzten drei Aufnahmen, aber ich glaube diesmal stimmt's. Bist du jetzt bereit nach Alamut zu reiten? Jo. Bist du sicher, dass du Bagdad verlassen wirst? Du wirst Basim's Reise nach Alamut abschließen müssen, bevor du nach Bagdad zurückkehren kannst. Ich werde gegen die Heilung. Nur ich. Du brauchst mich. Das klingt sehr ähnlich. Ich bin bei dir sicher. Und du bei mir. Es kann sein, dass ich dort nur Gefahr und Tod finde. Das ist mein Schicksal. Ich werde mich von ihm nicht abwenden, aber du sollst dich ihm nicht stellen. Wohin du gehst, dorthin gehe auch ich. Wo du ruchst, ruhe auch ich. Ich begleite dich. Jeden Schritt des Lebens. Oh, ich glaube das ist kein gutes Ende, oder? Du bist niemals allein. Und jetzt pack. Wir verlassen Alamut erst, wenn du deine Antworten gefunden hast. Ich glaube, dass sie nie alle Opfer, oder? Lauf zu! Los! Los! Oh nö, Pferd! Oh, ist unser Rüstung. Oh, oh. Ich würde nimmer denken. Ich glaube, ich weiß, wer da ist. Oh, Roshan. Ich glaube, das ist mir sauer. Nur? Nur? Das will kommen, das du erwartet hast, was? Zumindest hattest du das Glück, woanders gewesen zu sein, als die Tahere an uns angriffen. Was ist geschehen? Ich fürchte aller Mut ist gefallen. Meine Aufgabe war es, Hilfe zu suchen. Ich ging in die Wüste, um andere Wächter zu finden. Dann fand ich dich. War da noch jemand bei mir? Nein, nur du. Dann lebt Nihal noch. Und Roshan? Ich hatte gehofft, sie wäre bei dir. Komm, Bruder. Wir müssen los. Überlebende suchen und aller Mut von diesem Geschwür befreien. Ich fürchte, ich kann nicht. Wie schlimm ist es? Ich werde jeden Einzelnen von ihnen bezahlen lassen. Rache ist nicht unser Weg, Bruder. Unser Weg? Du sitzt hier und verblutest und hältst immer noch an diesem törichten Dogma fest. Und wofür? Unser Credo konnte aller Mut nicht beschützen. Ich ebenso wenig. Oder ich. Aber unsere Glaubenssätze sind der Grund, warum du noch atmest. Und warum du jene von uns retten musst, die vielleicht noch leben. Da stimmen wir überein. Du hast mein Wort. Ja genau, Lunde einfach liegen. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Es gibt nichts mehr zu sagen, Bruder. Geh, rette so viele du kannst. Wir schauen eigentlich, Weltkarte nicht verfügbar. Ach, geh. Eili zum Lager zurück. 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 Mann. Unser Tempel. Was auch darunter ist, ich muss es selbst sehen. Der Preis ist egal. Okay. Preis ist egal. Oh, das war das von ganz am Anfang. Wir haben doch nichts, dass wir das bekannt vorliegen. Tod. Ist es das, was Kabiha mit Wegbereiten meinte? Ja, bitte sei in Sicherheit. Wo du auch sein magst. Bei Allah. Das ist voll schon bessere Teilchen. Vielleicht da rüber. Warum dir für deine Dose? Das ist unser Zuhause, Mann. Oh. Jo, ich will sagen. Viele gibt es nicht mehr von uns, he? Okay. Einige meines Clans leben noch. Darunter auch Mentor Raihan. Übe jetzt auch. Auf zum letzten Gemetzel, oder? Gut, dass wir voll ausgerüstet sind. Ciao. Was sind das eigentlich alle für Lappen, he? Und stehen bleiben. Wenn du den Feind. Bis blau. Und... In den Boppels. Ich will meine Messers wieder haben. Mir kommt da nix, ne? Ganz ehrlich, der Krieg, der war schon vorher verloren. Ei, ei, ei. Oha! Ein flammetes Kerlchen, he? Ei, ei. Ich will meine Messers wieder. Drei Stück habe ich noch. Ist denn die Stärker geworden? Was ist denn? Los, legt ihr euch eh gleich schlafen, oder? Die Aufbomben sind so geil. Ich will sie sagen, hätte ich eine wesentlich stärkere Reaktion auf unsere Hand. Was ihr erwartet? Sehst du jetzt hin? Ja, und sobald einer drauf war, wundert mich das echt nicht. ... etwas beizubringen. Und nun, da die wenigen Verbliebenen dich am meisten brauchen, willst du das schweigen? Hört ihr das? Euer... Was könnte uns sagen, was wir wissen wollen? Geht doch. Oh, die Höre. Was? 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 W- Ich dachte, du wärst in Bagdad. Wo sind die anderen? R- Ich bin allein hier. Aus demselben Grund wie diese Männer. Ich kenne die Wahrheit mit euch. Weißt du, wir allein haben alles gekült. Es ist das ganze Lager, hat's nix auf der Reibe. Es ist unsere Pflicht, darüber zu wachen, es vor dem Orden zu bewahren, der seine Geheimnisse ausbeuten will. Der Eingang befindet sich im Tempel. Obwohl es verboten ist, habe ich ihn gesucht. Doch ich habe ihn nicht gefunden. Dann werde ich das selbst tun. Das darfst du nicht. Das ist es, was der Orden will, verstehst du nicht? Wenn das, was wir beschützen, in die falschen Hände fällt, es werden die meinen sein. Nein, sieh dich um. Sieh, was der Orden bereit ist, auf uns zu hetzen. Wenn ich das Wissen erhalten kann, das sie suchen, gewinnen wir damit vielleicht endlich die Oberhand in diesem endlosen Krieg. Dies ist der richtige Weg. Für die Verborgenen. Echt? Für uns oder für die? Wer mich jetzt gar nicht mal so sehe. Sollen wir befreien? Ach, come on. Wir sind jetzt verschwunden. Danke, Passu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ja gott alles verliert es sind mehr von euch nötig um mich aufzuhalten da vorn sind noch mehr das heißt also ich bin hier richtig ich jetzt die schlüsst du groß nicht auf der truhe plündern was ihm Komm, hab da noch was. Komm, ich halte dir rauf. Wir sollten nicht hier sein. Du da, hä? Wer? Ja. Jetzt bezahlst du! Missgeburt. Alter, der Rest soll mir nix eng. Wie ist das nun möglich? Der Rest soll mir nix eng. Wir können gut ausgleichen. Der Rest soll mir nix eng. 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 Ihr hieß jetzt, die Räume übernommen. Ihr hieß jetzt, die Räume übernommen. Ich vermag, woran diese Eindringlinge scheiterten.